Ja, vielen herzlichen Dank für die Einführung. Ich darf heute ein bisschen was erzählen über aktuelle Trends in der Hochschullehre. Vielleicht nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Christian Spannagel, ich bin Professor für Mathematik und Informatikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Das heißt, meine Studierenden sind zukünftige Lehramtsstudierende aus den Bereichen Primarstufe, Sekundarstufe 1 und Sonderpädagogik. Und ja, ich beschäftige mich in meiner Forschung insbesondere mit dem Einsatz digitaler Werkzeuge und digitaler Medien in Schule und Hochschule. Ich werde jetzt aber nicht beginnen zu erzählen, was es alles an schönen und richtigen und guten digitalen Werkzeugen gibt, denn Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen ja nicht digitalisieren, um die Lehre digitalisiert zu haben, sondern Digitalisierung soll ja einem Ziel dienen. Und dieses Ziel ist guter Unterricht oder gute Hochschullehre. Und die hat erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Die Frage ist, was ist denn guter Unterricht? Und da gibt es breite empirische Datenbasis und Befundlage, die mal zusammengestellt wurde von Praetorius und KollegInnen im Jahr 2018. Und es wird vielfach zitiert und ist eigentlich ein akzeptierter Stand der Forschung, würde ich sagen. Es gibt drei Faktoren, die wichtig sind für guten Unterricht. Und der erste Faktor ist kognitive Aktivierung. Also es wird nur dann wirklich nachhaltig gelernt, wenn die Studierenden kognitiv aktiv sind. Das heißt, wenn die Neuronen feuern, sagen wir mal. Das heißt, wenn... Also die Folge ist, dass man kognitiv aktivierende Settings gestalten muss, etwa durch kognitiv aktivierende Aufgaben. Aufgaben, die dazu anregen, die Inhalte tief zu verarbeiten. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist Student Support. Die Studierenden oder die Lernenden im Allgemeinen müssen unterstützt werden in ihren Lernprozessen. Also Unterstützung in der Art, dass die Studierenden wahrscheinlicher die Kompetenzen erwerben, die sie erwerben sollen. Beispielsweise durch Hilfsangebote oder etwa in der Mathematik kennt man das, Tutorien oder Übungsgruppen, die dabei unterstützen, dass die Studierenden auch die entsprechenden Kompetenzen erwerben. Und der dritte Aspekt ist Classroom-Management, der insbesondere auf die Präsenz abzielt. Aber man könnte es vielleicht auch auf digitale Umgebung übertragen, etwa virtuelle Konferenzen. Und Classroom-Management ins Deutsche oft übersetzt mit Klassenführung. Das bedeutet, dass man Methoden einsetzen muss, die die Präsenzzeit strukturieren, die dafür sorgen, dass wenig Zeit verloren geht, dass möglichst viel Zeit für die Inhalte verwendet wird, dass keine Störungen stattfinden und so weiter. Also das sind die drei Faktoren, die guten Unterricht ausmachen. Und egal, ob man digitale Werkzeuge einsetzt oder nicht, man sollte versuchen, das umzusetzen. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie können wir unsere zukünftige Lehre gestalten, dann sollten dieses eigentlich die maßgeblichen Richtschnüre sein. Okay, vielleicht gehen wir erst mal auf den Bereich kognitive Aktivierung ein. Wir haben in der Hochschullehre ja prinzipiell zwei grundlegende Lernsituationen, nämlich einmal in der Hochschule in Präsenz, synchron und das Selbststudium asynchron. Und das klingt nach einer naiven Erkenntnis, aber es ist so, dass der Lernerfolg größer wird, je mehr kognitive aktive Lernzeit im Selbststudium und in der Hochschullehre vorhanden ist. Also je mehr Zeit investiert wird, kognitiv aktive Lernzeit, das ist das Wichtige, umso größer ist der Lernerfolg. Das heißt, wir müssen versuchen, die Lehre so zu gestalten, dass die Studierenden sowohl im Selbststudium als auch in der Präsenzzeit möglichst lange kognitiv aktiv sind. In der bisherigen Hochschullehre wird dabei allerdings das Selbststudium zu wenig in den Blick genommen. Das ist eine wertvolle Lernressource. Wenn man mal in die Modulhandbücher schaut, ist da ein riesen Zeitkontingent vorgesehen für das Selbststudium, das aber in der Regel derart stattfindet, die Studierenden werden sich schon irgendwie vor- und irgendwie nachbereiten. Die werden schon irgendwas lesen oder so. Da ist ein riesen Potenzial, das man ausschöpfen kann. Und eine Methode, die dabei hilft, das auszuschöpfen, ist der Inverted Classroom. Kurz erläutert, in der traditionellen Hochschullehre kommen alle Studierenden zusammen, um gemeinschaftlich sich in den Rezeptionsmodus sozusagen zu versetzen und einer Vorlesung zu lauschen, wenn man von der klassischen Vorlesung ausgeht. Und anschließend gehen sie nach Hause und müssen dort Übungsblätter bearbeiten, also Aufgabe 1 bis 6, A bis F. Da ist dann aber niemand da, der ihnen helfen kann. Vielleicht haben sie sogar einen Teil gar nicht verstanden in der Vorlesung, müssen erstmal versuchen, das zu verstehen, haben dann Übungsaufgaben, ihnen kann nicht geholfen werden, weil sie alleine sind oder sie haben keine Hilfe. Und das führt dann dazu, dass sie zum Beispiel KI einsetzen, um sich die Aufgaben lösen zu lassen und so weiter. An keiner Stelle hier in diesem Prozess findet wirklich individueller Support statt. Im Inverted Classroom werden die Lernphasen besser auf die jeweiligen Sozialformen gematcht, könnte man sagen. Also, im Inverted Classroom findet die Einarbeitung in neue Konzepte zu Hause alleine statt, mithilfe von geeigneten Lernmaterialien, oftmals Vorlesungsvideos, müssen es aber nicht sein, können auch Texteskripte sein oder andere Videos oder so. Die Materialien sind gar nicht so entscheidend, das Entscheidende sind gute Vorbereitungsaufgaben, also Aufgaben, die man den Studierenden gibt, mit denen sie sich vorbereiten sollen, einarbeiten sollen, selbstständig in neue Themen, mit Unterstützung von beispielsweise Lehrvideos. Und dann kommen alle in die Präsenzveranstaltung, um mit den anderen das zu tun, wofür Präsenz gut ist, nämlich gemeinsam zu arbeiten. Aufgaben 1 bis 6 A bis F werden dann in Präsenz gemeinsam bearbeitet. Dann ist man aber nicht alleine, sondern man kann sich gegenseitig helfen, das heißt, da findet kollaboratives Lernen statt. Das ist gut, weil die Gruppe kommt immer weiter als jeder Einzelne alleine. Außerdem ist der Lehrerin, die Lehrende da, kann rumlaufen, helfen, Fragen beantworten, Tipps geben, über die Schulter schauen und so weiter. Man versucht jetzt im Inverted Classroom insbesondere die Vorbereitungsphase zu strukturieren, sodass dort möglichst lernförderliche Prozesse stattfinden. Das heißt, die Vorbereitungsphase wird mit Aufgaben und Materialien so strukturiert, dass möglichst die entsprechenden kognitiv-aktiven Prozesse stattfinden. Und dann die Präsenzphase wird dafür genutzt, wofür Präsenz gut ist, nämlich für sozialen Austausch. Warum sollte man sonst zusammenkommen? Also, man kann ja einen Vortrag locker alleine zu Hause hören. Ich muss mich nirgendwo hinbewegen. Also 300 Studierende mit Bus, mit Bahn, mit Auto, mit Fahrrad, zum Zug und so weiter. Da wird jede Menge CO2 in die Luft geblasen, nur um irgendwo hinzukommen und sich hinzusetzen und nebeneinander zu sitzen, um zuzuhören. Ihr alle seid ja auch nicht gekommen, um heute hier zu sitzen und zuzuhören, sondern ihr wollt in Workshops zusammenarbeiten. Ja, das ist der Vorteil von Präsenz. Und der wird beim Inverted Classroom ausgenutzt. Ein Inverted Classroom ist aber nicht per se gut. Es gibt, wenn man in die Literatur schaut, alles vom sehr gut durchgeführten Inverted Classroom bis zum schlecht durchgeführten Inverted Classroom. Denn auch das ist kein Selbstläufer, sondern man muss schauen, wenn man einen Inverted Classroom einsetzt, wie aktiviere ich die Studierenden kognitiv? Welchen Student Support gebe ich ihnen? Und wie mache ich gutes Classroom-Management? Denn hier in der Präsenzveranstaltung, da geht es um aktives gemeinsames Lernen. Da finden viele Phasenwechsel statt, unterschiedliche Methoden und so weiter. Und da muss ich wirklich gut sein im Gestalten der Präsenzveranstaltung. Also, auch Inverted Classroom bedeutet, diese drei Kriterien guten Unterrichts müssen beachtet werden. Um die Begriffe mal ein bisschen einzuordnen, habe ich hier versucht, Begriffe wie Blended Learning, Hybride Lehre Inverted Classroom und so weiter mal ein bisschen zu sortieren, gemeinsam mit Iris Nyskip. Ja, also ihr seht hier einen großen Bereich Präsenzlehre auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Online-Lehre, die reine Online-Lehre. Und es gibt einen Überschneidungsbereich, eine Schnittmenge, wie wir in der Vatulatik so ganz sagen. Und dieser Bereich ist Blended Learning. Das heißt, Blended Learning ist die Kombination aus Präsenzlehre und Online-Lehre. Und da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Insofern ist der Begriff Blended Learning auch relativ breit aufzufassen. Also, es kann sein, dass wir eben eine Präsenzveranstaltung haben, wie diese hier. Und die Studierenden haben Vorbereitungsmaterialien mit digitalen Lernvideos, die sie online über die Lernplattform abrufen. Das wäre also ein Inverted Classroom. Eine Inverted Classroom hat auch eine Schnittmenge mit Blended Learning, könnte man sagen. Es sind aber auch andere Settings denkbar. Also beispielsweise, dass man sich nur zweimal im Semester in Präsenz trifft, in längeren Präsenztagen und dann zwischendurch längere asynchrone Phasen hat, in denen man gemeinsam arbeitet, online an Fragestellungen und so weiter. Also, ganz allgemein die Vernetzung oder die Verknüpfung von Online-Lehre und Präsenzlehre ist Blended Learning. Jetzt könnte man meinen, Inverted Classroom müsste ja eigentlich eine echte Teilmenge sein von Blended Learning. Das ist sie aber nicht, sondern Inverted Classroom kann man auch vollkommen ohne digitale Medien umsetzen. Also ich brauche keine digitalen Videos oder so, sondern ich könnte auch sagen, die Vorbereitungsphase wird mit Hilfe von Texten gemacht, die in der Regel digital zur Verfügung gestellt werden. Und da merkt man jetzt schon, okay, diese Begriffe, die sind wirklich, also die Grenzen sind schwer auszumachen. Aber man könnte auch an sich mit Büchern sich vorbereiten und anschließend in die Präsenzphase kommen. Also es ist keine Notwendigkeit, im Inverted Classroom digitale Medien einzusetzen. Der Inverted Classroom ist keine digitale Methode oder keine E-Learning-Methode oder kein Videolernen oder so, sondern der Inverted Classroom ist eine Präsenzmethode. Es geht im Inverted Classroom möglichst das Maximum aus der Präsenzveranstaltung rauszuholen. Und wie die Vorbereitung passiert, na gut, es wird halt oftmals digital strukturiert. Ja, im Bereich des Blended Learning gibt es auch die hybride Lehre. Was ist hybride Lehre? Es wird unterschiedliches darunter verstanden, wenn man in Literatur schaut. Aber ich würde sagen, jetzt nach Corona im deutschsprachigen Raum wird unter hybrider Lehre oftmals verstanden, dass die Präsenzveranstaltung auch gleichzeitig in, praktisch in, on-campus Präsenz Teilnahme erfolgen kann oder parallel auch online synchron zugeschaltet. Also dass man eine Präsenzveranstaltung hat und man ist gleichzeitig in irgendeinem Videokonferenzsystem und es gibt einige TeilnehmerInnen, die von zu Hause zugeschaltet sind und von zu Hause aus an der Präsenzveranstaltung teilnehmen. Das ist im engen Sinne hybride Lehre. In manchen Literaturecken meint man Blended Learning, wenn man hybride Lehre sagt und so. Ja, also das ist nicht ganz so eindeutig. Man muss immer darüber klar werden, was meint der Autor, was meint der Autorin gerade damit. Und ein spezielles Format innerhalb der hybriden Lehre ist das sogenannte High-Flex-Format. High-Flex versucht, die Teilnahmemöglichkeiten für die Studierenden möglichst flexibel zu halten. Das heißt, es ist nicht nur so, dass die Studierenden sich online synchron zur Präsenzveranstaltung dazuschalten können, sondern wenn sie zu diesem Zeitpunkt keine Zeit haben, können sie auch noch asynchron online an der Veranstaltung teilnehmen. Also beispielsweise, indem die Veranstaltung aufgezeichnet wurde, man kann sie sich anschließend ansehen. Ich werde gleich ein Format vorstellen, das ich momentan einsetze, das auch in High-Flex anzuordnen ist oder einzusortieren ist. Die Schwierigkeit ist natürlich, bestimmte dieser Formate miteinander zu verbinden. Also eigentlich müsste man Inverted Classroom und hybride Lehre auch noch überlappend machen, weil das könnte man ja theoretisch auch verbinden und das probiere ich gerade, das werde ich vorstellen. Das Problem dabei ist allerdings natürlich, wenn ich die Präsenzveranstaltung in Inverted Classroom sehr teilnehmeraktiv gestalte, mit Gruppenarbeiten, gemeinsamer sozialer Austausch und so weiter, dann wird es natürlich sehr schwer, online Teilnehmer mit hinzuzuschalten und ebenfalls die entsprechenden Aktivitäten ihnen zur Verfügung zu stellen und das Ganze auch noch asynchron anzubieten. Also das ist eine große Herausforderung und man muss sagen, High-Flex wird auch kritisiert dafür, dass den Studierenden vorgegaukelt wird, es gäbe drei äquivalente Teilnahmemöglichkeiten. Oftmals ist es so, die Teilnahme in Präsenz on Campus ist echt besser, als online zugeschaltet zu sein, weil man vielleicht online nicht so richtig mit integriert werden kann. Oder asynchrone Teilnahme ist nicht so gut wie die synchrone Teilnahme, weil ich dann mich nicht mit den anderen direkt austauschen kann, sondern eben nur asynchron und so weiter. Das heißt, eigentlich sind die Modi nicht gleichwertig. Man kann aber entgegnen, es ist immer noch besser, online synchron mit dabei zu sein, als gar nicht mit dabei zu sein. Also ein schlechterer Teilnahmemodus ist immer noch besser als gar kein Teilnahmemodus. Und immerhin wird von den Studierenden oftmals gefordert, eine höhere Flexibilität der Teilnahme, weil es eben Gründe gibt, weswegen man nicht on Campus synchron teilnehmen kann. Krankheit, Care-Aufgaben, Arbeit, Überflutung von irgendwelchen Straßen, öffentliche Verkehrsmittelstreiken, was weiß ich. Also wir haben in den letzten Jahren ja alles Mögliche erlebt, weswegen man nicht in Präsenz kommen kann. Und da bietet Highflex eben eine schöne Möglichkeit, die aber nicht unaufwendig ist. Als könnte man sich überlegen, oder bevor ich jetzt zu Highflex komme, die Frage, ist denn Blended Learning besser als reine Präsenzlehre? Es wird immer nach empirischen Ergebnissen gefragt und zu Recht. Und es gibt natürlich eine breite empirische Basis mittlerweile, die verschiedene Veranstaltungsformate miteinander vergleichen. Klammer auf, viele dieser Formate oder viele dieser Untersuchungen können ihrerseits stark kritisiert werden, weil sie forschungsmethodisch, haben sie alle irgendwelche Kritikpunkte. Aber wenn man davon mal absieht und sich Meta-Analysen anschaut, die viele Einzelstudien zusammenfassen zu Blended Learning, zu Online-Lehre und so weiter, dann kann man mittlere Effekte extrahieren der unterschiedlichen Veranstaltungsformate. Und da habe ich mal ein paar Studien zusammengesucht. Hier oben sieht man einige Studien, die Blended Learning mit traditioneller Lehre verglichen haben. Und da werden Effektgrößen ermittelt. Und vielleicht ganz kurz, bevor wir auf die Effektgrößeninterpretation gehen, Cohen, einer der Urväter dieser Betrachtungsweisen, hat vorgeschlagen, dass man sagt, also eine mittlere Effektgröße G von 0,2 ist ein kleiner Effekt, 0,5 ist ein mittlerer Effekt, 0,8 ist ein hoher Effekt. Das sind, könnte man sagen, Zahlen, über die man auch diskutieren kann. Ja, also es sind Vereinbarungen oder es ist ein Vorschlag von Cohen, der vielfach akzeptiert wurde. Hattie, der die große Hattie-Studie durchgeführt hat, hat man vorgeschlagen, alle Effekte ab 0,4 sind überhaupt betrachtenswert. So, und jetzt sieht man hier oben, Blended vs. Traditional, verschiedene Meta-Analysen. K besagt die Anzahl der Studien, die da reingeflossen sind. Und hier sind Effekte von 0,35 bis 0,385. Also man könnte sagen, kleine bis mittlere Effekte, so etwa in der Hattie-Ecke. Also Blended Learning scheint moderat besser zu sein als traditionelle Lehre. Und was jetzt spannend ist, ist, wenn man mal Studien anschaut, die reine Online-Lehre, also wirklich reine Online-Lehre mit traditioneller Lehre vergleichen, rechts sieht man die Effekte, die sind irgendwo bei 0. Und das hat mich verblüfft. Also warum ist Online-Lehre, reine Online-Lehre, genauso gut wie traditionelle Lehre? Blended Learning aber anscheinend besser. Und meine Vermutung, aber das ist nur eine Vermutung, ist, wenn ein Lehrender eine traditionelle Veranstaltung in eine reine Online-Lehre überführt, dann überführt er die 1 zu 1. Die wird 1 zu 1 abgebildet. Wenn ich hingegen Blended Learning mache, dann habe ich auf einmal asynchrone und synchrone Lernphasen, digitale Teilnahme und Präsenz-Teilnahme. Und ich muss mir überlegen, was mache ich denn jetzt in Präsenz und was mache ich denn jetzt online? Also bei einem Inverted Class zum Beispiel, was können die Studierenden denn selbstständig vorbereiten? Welche Aufgaben gebe ich Ihnen am besten dafür? Welche Materialien? Was sollen Sie in Präsenz machen? Welche Aufgaben? Und so weiter. Das heißt, ich bin stärker involviert in eine didaktische Strukturierung des Lernprozesses, weil ich unterschiedliche Modi aufeinander abstimmen muss. Und das führt, so meine Vermutung, vermutlich dazu, dass die Lehrveranstaltung dann auch erfolgreicher ist. Das liegt aber nicht an den digitalen Medien. Fragen machen wir gleich am Ende. Ich will erst mal kurz, weil ich zeichne es gleichzeitig auf. Das heißt, es liegt nicht an der Digitalisierung oder sowas. Es liegt an der didaktischen Strukturierung. Okay, jetzt gehen wir noch auf hybride Lehre ein. Da habe ich ein Beispiel mitgebracht, weil ich das momentan ausprobiere in meiner Lehrveranstaltung. Und so habe ich eine große Vorlesung, Einführung in die Mathematik, könnte man sagen, für Grundschullehramtsstudierende, die Mathematik nicht als Fach gewählt haben, aber trotzdem Mathematik studieren müssen. Das sind Studierende, die oftmals auch nicht so gute Erfahrungen in Mathematik gemacht haben. Und das ist die einzige Fachveranstaltung Mathematik, die sie haben. Ich mache sozusagen ein Potpourri an mathematischen Themen. Ich klappe alles ab, was es so gibt und mache so, wie soll ich sagen, Blitz- oder Schlaglichter in verschiedene mathematische Bereiche hinein. Und das ist eine große Veranstaltung und mein Hörsaal ist ein bisschen kleiner als die Teilnehmerzahl. Und es ist auch so, dass viele der Teilnehmer oder manche Teilnehmer manchmal nicht kommen können und so. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das als hybrides Format. Was ich sowieso mache, ist, ich setze da Inverted Classroom ein. Das heißt, die Studierenden bereiten sich zu Hause selbstständig vor, mithilfe von geeigneten Aufgaben und Videos. Und die Vorbereitungsphase findet bereits kollaborativ statt. Es ist eine Fehlvorstellung, ich habe das vorhin so vorgestellt, aber es ist eigentlich eine Fehlvorstellung, dass der Inverted Classroom eine individuelle Vorbereitung hat. Man kann Studierende auch schon motivieren dazu, sich in Lerngruppen zu Hause zusammenzusetzen oder in, keine Ahnung, Studierendenwohnheimen oder in der Mensa und so weiter und sich gemeinsam mit der Vorbereitung zu befassen. Ja gut, Videos wird man vielleicht alleine anschauen, aber dann die Aufgaben zusammenzuarbeiten in Vorbereitung. Das Studierende bereiten sich schon kollaborativ vor und kommen dann in die große Präsenzveranstaltung am Ende der Woche, um mit mir nochmal ihre letzten Fragen zu besprechen und ich habe dann weitere Aufgaben dabei, die in Präsenz dann kollaborativ gelöst werden. Ja, und ich versuche das jetzt auch hybrid anzubieten, sodass auch Studierende von zu Hause sich dazuschalten können. Und also man muss sagen, wenn man so einen großen Hörsaal hat und Inverted Classroom ist, dann sind ja trotzdem ein gewisser Anteil der Präsenzveranstaltung findet frontal statt, so wie jetzt hier. Das heißt, Studierende arbeiten erst in kleinen Gruppen und dann tragen wir natürlich die Ergebnisse zusammen. Und das mache ich so, indem ich vorne stehe und die Studierenden sagen ihre Ergebnisse und ich moderiere ein Unterrichtsgespräch und ich schreibe das gleichzeitig an die Tafel. Und diese Phasen werden gleichzeitig gestreamt ins Netz. Das heißt, online können Studierende teilnehmen. Und in meinem Fall ist es so speziell, ich will nicht nur den Studierenden die Online-Teilnahme ermöglichen, sondern ich möchte auch, dass interessierte Menschen von außen teilnehmen können. Also irgendjemand, der Lust hat, mal in eine Hochschulveranstaltung reinzuschnuppern, im Sinne von Open Education. Und deswegen verwende ich Twitch als Plattform. Also ich streame meine Veranstaltung auf Twitch und die Studierenden können sich da reinschalten und Menschen von außen können sich reinschalten. Und man sieht, das ist technisch dann schon relativ aufwendig. Also was mache ich? Ich baue hier hinten einen Laptop auf mit so einer Kamera, die auf die Tafel schaltet. Ich habe dann so ein Funkmikro, dasselbe, was ich jetzt hier gerade anhabe. Und es wird alles aufgezeichnet, was jetzt hier vor der Tafel passiert. Hier starte ich dann OBS. Das ist so ein Tool, mit dem man ganz einfach so Széden zusammenbasteln kann. Dann habe ich hier einen zweiten Laptop, der Präsentationsfolien zeigt. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich so ein hybrides Setting aufbaue, ich mindestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn im Hörsaal sein muss. Ich muss auch die Tafel wischen. Ich habe eine riesen Tafel in dem Raum und die muss wirklich picobello sauber sein, weil sonst habe ich festgestellt, die Leute, die von außen teilnehmen, beschweren sich, dass die Tafel nicht richtig gewischt ist. Das will ich zurecht. In Präsenz ist es niemandem so richtig aufgefallen. Aber wenn man auf YouTube ein Video schaut, wo die Tafel schlecht gewischt ist, ist es furchtbar. Also ich wische die Tafel. Es dauert schon zehn Minuten, die Tafel zu wischen. Ich brauche jetzt eine halbe Stunde am Anfang, um die Veranstaltung vorzubereiten. Also ich kann nicht so wie früher um Punkt in den Hörsaal reinlaufen. Matthias Magdowski hat das, glaube ich, mal so formuliert. Eigentlich hätte er gerne so, dass das hybride Setting so angeschaltet werden kann im Hörsaal wie das Licht, wenn man reinkommt. Das wäre cool, wenn wir das mal hätten. Ich weiß nicht, wie hier die, vielleicht ist ja auch eine modernere Ausstattung. Aber wir haben auch eine Kamera bei uns im Hörsaal, die theoretisch auch gut eingeschaltet werden kann, einen verfolgen kann und so weiter. Aber es ist trotzdem, sind dann zahlreiche Hürden da, die man noch nehmen muss. Ja, also ich versuche das jetzt so ein Beispiel. Und da ich jetzt Twitch eingebunden habe, können die Teilnehmer auch von außen mit dem Chat teilnehmen. Sie können von außen chatten, das heißt, die Studierenden und Teilnehmer von außen können in den Chat was reinschreiben. Und es ist natürlich so, dass ich im Hörsaal, wenn ich vorne stehe und das Unterrichtsgespräch moderiere, jetzt nicht immer den Chat beobachten kann. Also ich hole öfter mal in den Chat rein und versuche dann die Dinge, die da stehen, mit aufzunehmen und einzuspeisen. Aber ich habe auch eine studentische Mitarbeiterin, die während dem Chat dabei ist und sozusagen das Online-Publikum mit motiviert und an der Stange hält. Und teilweise auch bespaßt, könnte man sagen. Also in Phasen, in denen vielleicht online nicht so viel stattfindet, dann auch Smalltalk macht und so weiter. Also typisch Twitch sozusagen. Ja, mein Ziel ist eben auch Open Education zu betreiben und möglichst die Hochschullehre nach außen zu öffnen. Eine Schwierigkeit ist, wie können jetzt hier in diesem Setting Studierende, die online teilnehmen, miteinander Aufgaben bearbeiten? Ich habe ja vorhin gesagt, in Wirted Classroom, in Präsenz werden viele Aufgaben auch gemeinsam mit kleinen Teams bearbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt so etwas wie Zoom nutzen würde, dann würde ich Breakout Rooms einrichten, sodass die Studierenden in Breakout Rooms dann in diesen Phasen miteinander arbeiten können. Da ich mich jetzt aber für eine andere Plattform entschieden habe, für die Streaming-Plattform, um auch die Teilnahme von außen sehr niederschwellig zu machen, haben wir jetzt eine weitere Plattform eingerichtet auf Discord. Discord ist so ein Chat-System, das aus dem Gaming-Bereich stammt, wo man asynchron und synchron sich austauschen kann, also auch in kleinen Räumen miteinander chatten kann und Video anschalten kann und Aufgaben gemeinsam bearbeiten kann, Screen-Share kann und so weiter. Und da haben wir jetzt in Discord hier Breakout Rooms eingerichtet, sodass die Online-Teilnehmer sich auch hier zuschalten können, wenn sie in Präsenz online auch gemeinsam arbeiten wollen. Außerdem gibt es diese Plattform wiederum als Community, um die Teilnehmer, die von außen an den Settings interessiert sind, um denen zwischen den Streams eine Austauschmöglichkeit zu bieten. Also wir haben da jetzt mittlerweile ca. 420 TeilnehmerInnen in der Community, die eben in Discord zwischen den Streams auch so gemeinsam Matheaufgaben bearbeiten. Ja, wichtig ist dann, wenn man jetzt wirklich Highflex umsetzen will, dass man natürlich auch den TeilnehmerInnen, die jetzt synchron nicht teilnehmen konnten, die Möglichkeit bietet, asynchron die Dinge nachzuvollziehen. Und da stelle ich die Twitch-Aufzeichnungen, die Auszüge daraus, dann auch online zur Verfügung. Und da nutze ich meine YouTube-Plattform, bei denen ich eben einige Videos hier zur Verfügung stelle und die Teilnehmer es auch danach ansehen können, wenn sie nicht teilgenommen haben. Das ist natürlich dann ein reduzierter Teilnahmemodus. Das ist nicht gleichbedeutend mit, ich habe in Präsenz teilgenommen, das wissen auch die Studierenden. Die müssen sich dann zusätzlich noch bei den anderen informieren, was sonst noch so gemacht wurde und so. Aber das müsste man ja sowieso, wenn man an einer Veranstaltung nicht teilgenommen hat. Hier hat man zumindest noch mal einen Teil der Veranstaltung, in den man hineinschauen kann. Ich könnte auch andere Plattformen nutzen. Ich könnte auch Zoom für das Streaming nutzen. Und ich könnte auch eine hochschulinterne Videoplattform für die Bereitstellung von Videos nutzen. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich auch den Ansatz mit Open Education verfolge und möglichst Menschen von außen die Möglichkeit bieten will, auch an Hochschulbildung zu partizipieren. Es gibt so viele Menschen draußen, die an Mathe interessiert sind und die mögen solche Inhalte. Und ja gut, deswegen habe ich die Plattformen gewählt, die eben die typischen Plattformen für etwas sind. Also YouTube ist die typische Plattform, um Video zur Verfügung zu stellen und Twitch ist die typische Plattform für Streaming und Discord ist die typische Plattform für Synchronen, also Synchronenaustausch. Okay. Außerdem versuche ich noch Snippets, kleine Clips aus den Veranstaltungen auf Social Media zu posten, Instagram und TikTok, um erst mal Menschen auf dieses Setting aufmerksam zu machen. So, ah cool, da ist ein Twitch-Stream, ah cool, da kann ich an Hochschulveranstaltungen teilnehmen. Das kriegen die ja sonst vielleicht nicht mit. Und außerdem ist es ja immer wichtiger, dass Wissenschaft in den sozialen Medien auftaucht. Also wir brauchen mehr Wissenschaft auf den For-You-Pages. Ja, weil dort finden so viele, dort gibt es so viele Fake News und rechtsextremistische Positionen und Esoterik und so weiter. Und wir WissenschaftlerInnen müssen viel mehr in die sozialen Medien hinein, um die Fahne der Wissenschaft hochzuhalten. Und ich versuche sozusagen über diesen Modus mehr Mathematik auf die For-You-Pages in den sozialen Medien zu bringen. Okay, jetzt gehe ich noch auf einen anderen Bereich ein, der auch jetzt vielleicht so ein aktueller Trend ist, den man angesprochen haben muss, wenn man einen Vortrag hält über aktuelle Trends, nämlich KI. Künstliche Intelligenz ist seit zwei Jahren ein Top-Thema in der Didaktik, weil natürlich auf einmal ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfügung steht, das Studierende nutzen können, um Aufgaben beispielsweise zu bearbeiten. Und in diesem Kontext wird immer wieder die Sorge geäußert, dass sie damit cheaten können. Das ist natürlich möglich. Das sollte aber trotzdem nicht dazu führen, dass man das Werkzeug verbietet, dass man KI verbietet. KI sollte man nicht verbieten, denn letzten Endes müssen die Studierenden natürlich lernen, mit KI umzugehen. Also ExpertInnen eines Gebietes, zum Beispiel SoftwareentwicklerInnen, werden zukünftig verstärkt mit KI arbeiten. Wenn Studierende Software Engineering studieren und lernen sollen, so zu denken und zu arbeiten wie SoftwareentwicklerInnen, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig, dass wir ihnen in der Lehre beibringen müssen, mit KI zu arbeiten. Und, aber auch ganz unabhängig vom Fach, WissenschaftlerInnen werden zukünftig mit KI arbeiten. Und wenn Studierende lernen sollen, so zu denken und zu arbeiten wie WissenschaftlerInnen, dann müssen sie auch lernen, mit KI zu arbeiten. Das heißt, wir müssen KI in die Hochschullehre bringen und Studierenden beibringen, wie man damit souverän und vernünftig arbeitet und aber auch natürlich, wo die Grenzen sind und was man nicht tun sollte. Das heißt, Lernziele werden sich verschieben, ein Stück weit vielleicht, in Richtung, wir brauchen mehr KI. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Prüfungen und Methoden. Da kann man jetzt einen eigenen Vortrag drüber halten, dafür fehlt die Zeit. Ich will vielleicht nur kurze Schlaglichter geben. Ein theoretischer Ansatz, der sehr sinnvoll ist, finde ich im Kontext KI, wie können wir KI zukünftig in die Hochschullehre integrieren, ist der Ansatz der verteilten Kognition. Was bedeutet der? Wir alle denken ja, kognitive Prozesse finden in unseren Köpfen statt, das ist auch richtig, aber AnhängerInnen der verteilten Kognition sehen das zu eng. Die sagen, kognitive Prozesse finden nicht nur in unseren Köpfen statt, sondern verteilt über ein System, das besteht aus Menschen, Werkzeugen, Artefakten und so weiter. Das heißt, meine kognitiven Prozesse finden nicht nur in meinem Kopf statt, sondern ich gebe zum Beispiel auch ein paar Prozesse ab an Werkzeuge, Tabellenkalkulation oder an das Internet, an dem ich Informationen holen kann und so weiter. Und die alle sind Bestandteile eines Systems, das letzten Endes leistungsfähiger ist beim Erledigen kognitiver Prozesse. Und KI ist ein Bestandteil dieser verteilten Systeme zukünftig und heute schon. Das heißt, wir müssen Hochschullehre so denken, dass Studierende diese Systeme auch betrachten als Bestandteil ihres eigenen Werkzeugreservars, Potenzials, das sie besitzen und auch entsprechend zielgerichtet einsetzen. Und eine zielgerichtete Einsetzung wäre Feedback. Also Studierende lassen KI nicht ihre Aufgaben erledigen, sondern die Studierenden erledigen die Aufgaben und holen sich Feedback von der KI. Also habe ich das richtig gemacht? Gibt es hier noch Verbesserungsmöglichkeiten? Wo ist der Fehler? Und so weiter. Mit KI haben Studierende einen 24-7 Feedback-Buddy an der Hand, der ihnen Feedback geben kann zu ihren Aufgaben. Feedback ist ja total wichtig. Ich habe hier von Hattie und Timperle, ja, das ist derselbe Hattie wie vorhin, die haben sich mit Feedback beschäftigt und haben da ein Modell aufgestellt. Und der obere Teil ist irrelevant, es geht jetzt nur um den unteren Teil. Es gibt Feedback auf verschiedenen Ebenen. Feedback auf Task-Level. Das ist so der Art richtig gemacht, falsch gemacht, korrigiert und so. Also wenn Studierende Übungsaufgaben abgeben und die korrigiert zurückbekommen, ist das Task-Level-Feedback. Es gibt aber auch Feedback auf anderen Ebenen, auf Process-Level. Das heißt Feedback zum Lösungsprozess. Wie habt ihr gearbeitet? Wie könnt ihr an solche Aufgaben rangehen? Und so weiter. Dann gibt es Feedback auf Self-Regulation-Level. Da geht es um Feedback, da geht es ums Lernen, Lernen könnte man sagen. Also wie organisiert ihr euch lernmäßig, sodass ihr auch gut die Aufgaben lösen könnt. Und dann gibt es Feedback auf Self-Level. Du bist ein guter Mathematiker. Du bist eine schlechte Softwareentwicklerin und so. Es gibt eine breite empirische Basis zu Feedback. Es ist eine sehr komplizierte Situation. Was ist effektives Feedback? Kann man viel darüber erzählen. Eine Erkenntnis ist, Feedback auf Self-Level ist nicht effektiv. Also jemandem zu sagen, du bist ein guter Mathematiker oder so, bringt gar nichts, weil er kriegt keine Informationen, wie er sich verbessern kann. Feedback auf Task-Level ist wichtig, aber besonders effektiv ist auch Feedback auf Process-Level und Self-Regulation-Level. So, wir müssen eigentlich Feedback auf den ersten drei Ebenen geben, haben aber praktisch keine Zeit als Lehrerin. Ich habe 200 Studierende im Hörsaal. Wie soll ich den Feedback auf all diesen Ebenen geben? So, dass wir zukünftig, das ist jetzt meine Vermutung, die Situation vielleicht so gestalten können, dass die KI Feedback auf Task-Level gibt. Sämtliche Aufgaben können vielleicht von KI, die vielleicht auch speziell trainiert ist mit Skripten und so weiter, können auch von der KI gegeben werden. Feedback auf Task-Level. Das heißt, ich bin als Lehrender befreit von Feedback auf Task-Level. Ich muss nicht mehr korrigieren und so. Und halte mehr zeitliche Ressourcen, um Feedback auf Process-Level und Self-Regulation-Level zu geben. Also Feedback auf Ebenen, auf denen die KI kein Feedback geben kann, weil sie keine Informationen darüber hat, wie Studierende gearbeitet haben, wie ihre Prozesse verliefen. So, dass ich und mein KI-System sozusagen als Feedback-System gemeinsam, als verteiltes kognitives Feedback-System agieren und den Studierenden Feedback geben. So, ich überspringe das mal wegen der Zeit. Also letzten Endes ist KI eine Chance für Diversität und Inklusion, weil natürlich die Studierenden individuell Feedback bekommen, sich individuelle Lernmaterialien erstellen können. Es wird aber auch oftmals angemerkt, dass es eine Gefahr ist für die Chancengleichheit, weil die guten Studierenden vielleicht eher wissen, wie sie KI einsetzen können und die schlechten oder nicht so leistungsstarken Studierenden nicht so gut wissen, wie sie KI einsetzen können, sodass die Schere aufgeht. Ein Matthäus-Effekt. Ein Argument mehr KI in die Lehre zu bringen, um eben denjenigen zu zeigen, die nicht so gut wissen, wie man sie einsetzen kann, wie man sie sinnvoll einsetzen kann. Es ist also unsere Verantwortung, dass das Gap nicht aufgeht, sondern eher sie schließt, dadurch, dass wir das in der Lehre thematisieren. Okay, ich würde sagen, beschließen wir jetzt den Präsentationsteil. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten zur Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.